Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ich die Abschlussprüfungsaufgabe 2015 A3 einen Rotationskörper gelöst hätte. Rotationskörper, das heißt es dreht sich um die eigene Achse, die Achse ist hier in der Mitte, das heißt wir haben hier symmetrische Anteile, das heißt das was links davon an Streckenlängen gibt, taucht auch rechts wieder auf. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, was alles gegeben ist, das werden wir uns jetzt bei der Aufgabe anschauen. Zunächst sollen wir nämlich mal das Volumen der Plexiglasscheibe, also von dem hier unten berechnen. Das Volumen setzt sich zusammen, ist nämlich ein Zylinder, das heißt wenn wir einen Zylinder wollen, müssen wir R² mal Pi mal H rechnen, also Boden R² mal Pi mal die Höhe. So, schauen wir uns von dem Zylinder den Radius an. Wir haben die Streckenlänge AB gegeben, dementsprechend haben wir natürlich auch die Streckenlänge CD und damit haben wir natürlich auch den Radius, nämlich die Hälfte davon, das sind gerade 22,5 cm, denn das Ganze ist der Durchmesser quasi, die eine ganze Länge und die Hälfte ist der Radius. Die Höhe ist mit 2 cm gegeben und wir sind hier beim Volumen fertig aufpassen, dass man hier die Einheiten richtig klammert, dass beides quadriert wird, die Einheit und die Zahl. Komisch wird es bei der Aufgabe 3,2, normalerweise gibt es immer eine Aufgabe entweder zu Volumen oder zu Oberfläche, in dem Fall jetzt zu beiden, zuerst zum Volumen und dann zur Oberfläche, da muss man genau lesen. Das heißt der Lampenschirm wird jetzt die Oberfläche bestimmt und da sehen wir schon, das ist wieder ein Kegelstumpf. Also das heißt, wir schneiden hier einen Kegel ab und der obere Teil gehört nicht mehr zur Mantelfläche dazu, der ist ja auch gestrichelt gezeichnet. Das heißt, wenn ich diesen schwarzen Bereich hier berechnen will, dann muss ich den großen Kegel, die Mantelfläche vom großen Kegel minus die Mantelfläche vom kleinen Kegel berechnen. Und on top kommt dann noch eine Halbkugel oben drauf. Schauen wir uns die Mantelfläche des großen Kegels an. Wir haben hier die Streckenlänge KL gegeben, das heißt wir haben auch wieder den Radius gegeben und die Mantelfläche eines Kegels ist ja R mal Pi mal die Seitenkante. Das heißt, wir brauchen hier noch KF. KF finden wir, indem wir ein rechtwinkliges Dreieck suchen. Ich habe das hier mit dem KMF gemacht, denn ich habe KM gegeben, das ist ja gerade wieder der Radius, also die Hälfte von KL und ich habe MF laut Angabe schon gegeben. Das heißt, hier kann ich mit dem Pythagoras KF berechnen und damit habe ich die Mantelfläche vom großen Kegel schon fertig. Dann muss ich mir die Mantelfläche vom kleinen Kegel anschauen. Auch hier habe ich GH gegeben mit 9, die Hälfte ist 4,5, also der Radius, mal Pi mal die Seitenkante FH. Natürlich hätte ich auch diesen Radius und diese Seitenkante nehmen können. Das kommt aufs Gleiche raus, weil es ja durch die Symmetrieachse identisch ist und symmetrisch ist. Das heißt, wir brauchen hier noch die Höhe FH und die berechnen wir wieder, so wie wir es vorhin auch schon gehabt haben, nämlich mit 4,5 Quadrat plus FN Quadrat. Nur das Dumme ist, FN haben wir hier nicht und das ist ziemlich kompliziert zu berechnen, FN, denn ich muss hier über alles gehen, was ich hier an Höhen habe. Ich habe die Strecke ME, das sind 13,5 cm. Dann habe ich die Strecke MF, das sind 12 cm. Und wie komme ich jetzt auf den Rest? Diese Strecke NE sind 4,5 cm, denn es ist gerade der Radius. NG, NE und NH sind jeweils 4,5 cm. Das heißt, die Gesamtstrecke 4,5, da muss ich nur dieses Fuzzerle hier oben noch abziehen. Und dieses Fuzzerle da oben ist ME minus FM. Das ist etwas schwieriger zu denken. Immer schauen, was man gegeben hat. Das sind in dem Fall diese ME und MF Strecken. Und dann, wenn ich einen Kreis sehe, immer daran denken, dass die Radien an allen Stellen auftaucht, wo ein Punkt auf der Kreislinie und der Mittelpunkt eine Strecke darstellen. In dem Fall ist eben NE der Radius. Und deswegen kann ich von 4,5 cm diese Strecke da oben abziehen. Und die ist 13,5 cm, also ME minus FM. Und ich komme auf 3 cm, kann das hier oben einsetzen, erhalte FH und kann dann, wenn ich FH habe, hier oben die Mantelfläche meines kleinen Kegels berechnen. Die Oberfläche von der Halbkugel, die ist dann recht leicht, denn ich habe den Radius NG ja schon gegeben. 0,5 für die Hälfte, also für die Halbkugel. 4 mal R² mal Pi und ich habe die Oberfläche meiner Halbkugel. Und dann zusammengefasst die Oberfläche oder die Fläche meines Lampenschirms.